Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Golfit gegen André. Inzwischen schon eine Main-Kategorie geworden, weil sonst keiner mit mir spielen will. Mit dabei ist, wer hätte gedacht, André. Nein, ich bin André und ich bin der Einzelke, der noch mit ihm spielen will. Schaut aus, ihr wisst aufs Schluss. Lasst mal an, dann checkt André ab und viel Spaß beim Video. Okay, André. Anfang sieht simpel aus. Ja, das sieht easy peasy aus. Solange es jetzt nicht wieder ist mit Du musst jetzt von neu starten. Weil dann hau ich mich selber. Ah nee, easy. Ich schwör. Easy. Okay, in zwei drin. Okay, sorry. Digga, ich bin ESL. Ich bin E-Sportler in Golfit. Wissen die meisten gar nicht. Der erste deutsche E-Sportler in Golfit. Ja, Digga, also komm mal so, Digga. Und es liegt nicht nur daran, weil ich noch der einzige Deutsch-Modell-Spiegel für spielt. Ja, das kommt gut hin. Hä? Wie soll man das machen? Also da ist ein Looping und danach ist instant ein Boost-Pad. Das schießt mir einfach einmal drüber. Richtig dumm. Also langsam. Ah, jetzt. Okay. Wir hatten zu viel Schwung. André ist drin in drei. Schaffen wir schon nicht mehr. Ja. Ja, wir brauchen sechs Schläge, Digga. Sechs. Hat er wieder dahin, wo er hingehört? Ist so. Auf den letzten. Ich bin... Ich meine, bei zwei Spielern ist das nicht schwer? Ich wollte gerade sagen, zweiter klingt besser, aber läuft aufs Gleiche hinaus. Quinch. Doppel-Quinch. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Das ist so glücklich, Digga. Jünger, wie kann man so ein Glück haben? Das war Winkel berechnet. Genau wie jetzt. Guck. Oh, mein Gott. Ich habe instant Karma bekommen. Ah, nein, ich schaff's nicht. Tschüss. Wäre ich einfach mal liegen geblieben. Dann wäre ich auch runtergerollt, die anderen hätte dann Dings. Ist doch. Aber egal. Rollen ist Meter. Ich bleibe jetzt liegen und lasse dich rollen. Hier werde ich alle Schläge einholen. André macht Arschbombe ins Wasser. Ich hasse diese Gegenden. Ah. Ah. Wolle ich jetzt runter? Nee, nee, nee. Also solltest du nicht, bin ich auch nicht. Ja, easy. Gar keinen Stress. Aber wir sind wie der Erste. Ich habe sechs Schläge gebraucht. Nice. André ist wieder da, wo er hingehört. Arma nimmst Karma. Oh. Clean. Und. Let's go. Krass, was du kannst, Digga. Digga. Ist schon ein Scale, oder? Dein Köln ist schon echt wild. Und hat nichts mit Glück zu tun, oder? Wie soll man das schaffen? Bitte tell me this. Also. Und. Kommen wir noch in die Kurve rum? Digga, okay. Clean. Jetzt muss es noch ein Speedpad geben, dann sind wir drin. Nein, natürlich nicht. Also ich glaube, das noch ist nicht in one machbar. Nee. Aber auch nicht. Danke fürs Abbremsen. Nee. Ah. Komm, komm. Ja. Oh, Ehre. Bitte. Ich konnte nicht anders, du kannst so clean angerollt, ich musste nicht reinhauen. Äh, das ist wie Billard gewesen. Ist so, das war einfach richtig befriedigend. Warum bist du oben gelandet und ich einfach nicht? Boah, clean. Ah, in drei. Ist okay, ist okay. Kann man machen. Boah, links oder rechts, Väter. Immer. Hä, ich bin abgekürzt. Ich bin doppelt abgekürzt. Oh mein Gott, ich habe einfach abkürzt und durchgespielt. Ich bin ganz unten. Hm. Können natürlich. Ein normaler Golf ist ein Skill-Based Matchmaking. Und André läuft da immer noch ganz entspannt. Ja, dauert zwar, aber. Laufst du gleich hinaus? Ja. Ich war in zwei drin. Könnte. Ja, obwohl. Es sollte machbar sein. Das ist ein ekliger Schlag. Ja. Das ist ein ekliger Schlag. Aber in drei ist auch nicht schlecht. Ist so. War für, dass ich halt nicht einfach random abgekürzt habe. Das war nicht random, das war alles geplant und mit können verbunden. Hä? Ih, was ist, was ist, die Lava bringt einen zum Hüpfen. Hm, cool. Wie bei Mario. Ist so. Johohohoho, wo ich hinfliege. Aber wir gehen, ich will hole in one rein. Hä? Ja, bist du auf einem guten Weg. Die Lava macht das nicht. Kann ich von dir nochmal schlagen? Nein. Und. Das geht so nicht, Kalle. Ich glaube auch nicht. So auch nicht. Was? Na, hätte klappen können. Aber mit der, ich weiß nicht. Man muss genau rein danken, glaube ich. Bei mir brennst du immer noch. Digga, weil ich einfach ein heißer Typ bin. Ach so. Ja, okay. Das ist auch wieder so ein richtig ekliges Ding. Diese Rampen sind einfach Kryptonit, weil du kannst. Ja. Okay, bitte dann. Auch wieder alles mit können verbunden. Ich brauche immer einen Schlag zum Antesten und dann haue ich den richtig rein. Aber dieser eine Schlag ist halt wieder ein Stroke mehr. Ich habe wieder so doll gehauen angeblich. Jetzt haue ich wieder so langsam angeblich. Obwohl es der gleiche Schlag ist. Dreimal. Da muss ich sagen. Oh mein Gott, war das clean. Ich habe die Map gewonnen. Digga, einfach danken. Donuts. Ist so. Okay. Wir müssen in die Mitte. Oh, oder auch nicht. Ich bin ein anderer Ding. Boah. Komm, André, in einem. Schade. So meine ich das. Let's go. Ja, sorry. Digga, das ist dieses Ding. Wenn man ein Game lange nicht spielt, dann automatisch gut drinne. Weißt du, es klingt dumm, aber ist bei mir in vielen Games so. Ich weiß nicht, warum. Wenn ich jetzt beispielsweise... I know what you mean. Wenn ich jetzt beispielsweise, keine Ahnung, Fortnite eine Woche nicht spielen würde, ich bin besser als jetzt. Ist so. Hä? War bei dir auch so verpackt? Nee, ne? Nee. Was war denn? Ich habe nichts mehr gesehen. Das war so Schatten überall. Okay, Digga. André ist kurz in die Hölle gefahren in den Golf. Digga. Hole in one. Ich habe endlich mal einen Kalle-Glück-Shot gemacht. Meinst du so? Ah, nein. Aber noch hole in one. Nicht hole in drei. Sorry, danke, dass du mit dir reden darfst. Jetzt, wo du krasse Schläge drauf hast. Hey, was geht? Genau. Auch ein Kalle-Glück-Schlag gemacht. Nee. Das war diesmal ja nicht schwer. Ja, safe. Hätte man den in einen rein gemacht, dann wäre wild. Yo! Hä? Warum fliege ich zum Mond und andere lande perfekt? Weil ich gut bin. Okay. Okay. Oh mein Gott. Bleib davor stehen. Ich hau dich rein. Bleib davor stehen. Ich hau dich rein. Das schaffe ich dir, Leute. Das ist das. Digga. Was ist da? Ich will die Billard Expansion durchspielen. Ich sage, ich will dich reinhauen. Er haut mich raus. Ey, ehrenlos. Ich habe dich in der Luft geöffnet, weil ich dachte, dass du das irgendwie langsamer machst. Was? Egal, Leute. Wir gehen in die nächste Web-Wassel-Unentschieden oder hast du gewonnen? 61, 61. Aber eigentlich hast du gewonnen, weil am Anfang, am Schluss hast du ja noch getrollt. Ja, aber egal. Es war trotzdem wild. Wir gehen ins nächste Ding ein. Let's go. Okay. Wir sind in The Longshot Hole 1. Ach, komm. Ist das unbefriedigend? Deiner ist echt unbefriedigend. Meiner war aber schlimm. Ja. War genau davor. Du warst an der Kante einfach hängen geblieben. Oh mein Gott. Den stark fühle ich. Ah, nein. Ich bin drüber gejumpt. Aber er war clean. Ja, okay. Jetzt trolle ich. Okay. Ich trolle auch. Aber ich habe gewonnen. Er hat gewonnen. Ich habe es geschafft. Ich habe... Okay. Sorry. Video vorbei. André hat gewonnen. Ist er. Aber ich bin trotzdem drin. In fünf Schlägen. Oh mein Gott. Fünf ist traurig. Und... Digga. Da ist eine Pflanze, die frisst dich, wenn du falsch fliegst. Bin ins Loch reingeflogen, ne? GG. Digga. Was? Wie? Diese grünen Hole in One Maps. Ich sage dir. Keine Chance. Digga. Einfach Minecraft. Und André einfach boss-like in denen. Ist er. Weil... Ihr müsst euch vorstellen, André ist so ein Mensch, der hat Farben durchgespielt. Außer blau und lila. Da komme ich durcheinander. Ist so. Okay. Digga. Easy Schlag. Ist das nicht dein Ernst? Ich sage Easy Schlag an Rigit Hole in One. Karma? Ich glaube schon. Wir brauchen drei. Gib mir mein Glück wieder. Ja? Was ist da los? Okay. Das war ein bisschen dumm. Okay. Das war super dumm, was ich gemacht habe. Ich auch. Ich habe mittig geschlagen, obwohl man gesehen hat, dass es wieder zu ist. Okay. Das war zu hart. Hä? Weil du hast für dich unumma rumgebackt. Ja. Das ist bei... Nicht... Ich schaff's nicht. Synchronisiert bei uns. Okay. Komm. Und? Digga. Was ist das? Was ist das? Starkhalle. Bist du schon drin? Mal. Ah, Easy. Ich auch. War gar kein Stress, Mann. Hab nur sechs Schläge. Sechs Schläge gebraucht. Digga. Ich habe wieder fast doppelt an Schlägen von dir. Oh, da bin ich vielleicht zu schnell. Und nicht ran. Ich bin ran. Komm schon. Nein! Ich wusste es. Schade. Digga. Aber wie wir uns auch gerade so Dings geditcht haben. Hä? Ich mache den gleichen Schlag wie André, aber André schicke nach vorne und ich nach hinten. Digga. Wie er vom Loch gewartet hat, Digga. Aber da läuft sich das nicht, wo du bist. Digga, nee, nee. Aber trotzdem wieder sechs Schläge rausgehauen. Nein! Ich dachte, hole in one. Digga. Was geht? Was geht? Ich dachte, das würde ich mal leben. Easy. Vier Schläge. Ich mache gerade wieder als Joke. Das ist einfach eklig. Oha. Hä? Wie gut. Ja. Wenn man das mit Glück schafft, ja. Hä? Das habe ich gesehen, Kalle. Das war richtig cringe. Das war auch nochmal cringe. Clean. Wenn man das mit Glück schafft. Oh mein Gott. Digga, die Natur hat einfach gesagt, Kalle bleibt da hinten. Natural Selection wieder auf anderen. Ist so. Nein, bitte, 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 nein. Ja, okay, easy. Bam, Digga. Gar kein Stress in vier. Aber. Oh mein Gott. Das ist nicht. Das ist frech. Das ist frech. Hä? Die Map hasst mich. Ich bin einmal wieder runtergeflogen, als ich oben gelandet bin. Und dann einmal in der Ecke oben gelandet. Das ist einfach noch ein Stroke-Race. Wilder Hit. So ein Ding. Hat nur wieder 20 Schläge gebraucht. Weil die Map mich einfach... Ich habe reingedankt. Krank. Okay. Entschuldigung, dass André plötzlich sein HP aktiviert hat und Super Saiyan wird. So One Piece und Dragon Ball rein. Ich kann immer wieder verkackt, wenn man ihn kennt. Ich bin perfekt mittig. Und hau dann nicht rein. Oh mein Gott. Hä? Da ver... Ich muss den richtigen Winkel kriegen. Aber ich krieg den nicht. Winkler. Ist so. Am Start. Ach man. Bye you, Biso. Ja, okay. Jetzt mache ich einfach nochmal. Weil ich bin euch ein, Leute, gar keinen Bock auf einen Stroke. Reichstatt, ich gefühlt doppelt so viel wie André. Wo bleibst du? Hey. Was war das denn? Er ist einfach kurz abgehoben. Ich bin richtig weit geflogen. Okay. Die können in den drei Löchern, die noch kommen, oder vier, vielleicht noch erster werden. Hey. Wenn André viermal Out of Strokes geht, ist das machbar? Ja, okay. Bei der Map möglich. Digga, ich lande oben auf der Kante. Roll runter. Okay. Was? Was? Ehrenlos, wer jetzt cheatet. Okay. Ich habe nicht gescheatet. Ich weiß nicht. Ich kann nicht die ganze Zeit auseinandernehmen und trotzdem gewinnen. Das Traurige ist, es wird sogar wirklich klappen. Aber war rough. Das ist so schlecht. Ich habe wieder Schläge gut gemacht. Das ändert nichts. Noch 15 Schläge im Voraus. True. Okay, ich mache den Rentnerweg. Okay, doch nicht. Ich mache den Rentnerweg. Junge. Was machst du denn hier, Digga? Digga, ich war verwirrt. Oha. Ich hätte einfach vor André schlagen können. Das ist wichtig. Nice. Nice. Okay, aber wir haben wieder Schläge gut machen können gerade. Ich bin sogar reingekommen damit. Das ist unlucky. Das war auch frech, Digga. Ja, aber das ist noch sehr übel klein. Das ist einfach, Digga. Oha, hast du einen Gedanken? Clean. Beide in zwei. Und, ja, okay. André hat mit 10 Schlägen Vorsprung gewonnen. Und in der Autos-Strope-Gang. Und sogar in der Autos-Strope. Aber, Leute, das hat euch gefallen. Lasst ein Like, oder checkt André ab. Und bis zum nächsten Mal. Euer Kalle. Ciao. Ciao.